Hallo Steps-Welt, hier ist der Lukas. Ich freue mich mega, dass du dir das Video anschaust. Mit unserer Steps-Videoserie Follow Your Calling wollen wir dir helfen, Schritte in deine Berufung zu gehen. Im Teaser zu dieser Serie habe ich schon das Zitat von Andy Stanley gebracht, der gesagt hat, jeder landet in seinem Leben irgendwo, aber nur wenige landen in ihrer Berufung. Und ich glaube, es gibt solche Irrtümer oder Missverständnisse oder ich nenne sie Berufungs-Fails, die uns davon abhalten, unsere Berufung zu entdecken und die dazu führen, dass wir irgendwo landen. Diese Berufungs-Fails sind Missverständnisse oder einfach irgendwie falsche Gedanken, die wir über das Thema Berufung haben. Und in dem Video möchte ich mit euch die ersten drei besprechen. Den ersten Berufungs-Fail, den nenne ich gern Himmelszettel. Und ich glaube, das ist so irgendwie die Vorstellung, dass Berufung immer mega spektakulär sein muss. Also ich laufe so zur Schule oder zur Arbeit und plötzlich fängt da so ein Busch an, einfach mega zu brennen. Und so eine göttliche Stimme kommt aus diesem Busch raus und spricht so eine Berufung für mich aus. Und ich ziehe meine Sandalen aus, die ich eigentlich nie anhabe. Und jetzt weiß ich sofort, was Gott für mein Leben vorhat. Oder wenn es schon kein brennender Busch ist, dann muss es wenigstens irgendwie ein Zettel vom Himmel sein, der irgendwie vor mir auf den Boden fällt und wo draufsteht, was Gott mit mir vorhat. Ich glaube, diese speziellen Berufungen sind sogar schon in der Bibel wirklich die Ausnahme. Und in allermeisten Fällen wollten die Leute diese Berufung gar nicht. Ich glaube, Berufung funktioniert viel unspektakulärer, viel normaler. Ich glaube, dass Berufung etwas ist, was von innen nach außen passiert, was ich entdecken kann, was Gott schon in mir angelegt hat. Also der erste Berufungs-Fail ist der sogenannte Himmelszettel. Und der zweite Berufungs-Fail ist Berufungsangst. Und damit meine ich die Vorstellung, dass wir irgendwie Angst davor haben, unsere Berufung zu entdecken, weil wir so die Befürchtung haben, dass Gott uns dann was zumutet, was wir überhaupt nicht wollen. Wenn ich meine Berufung entdecke, dann muss ich nach Kambodscha gehen oder nach Turkmenistan oder in irgendein anderes Land, wo ich noch nicht mal den Namen aussprechen kann. Aber ich mag es auch eigentlich hier gerne in Deutschland. Und ich will viel lieber irgendwie hier in Deutschland unterwegs sein. Ich glaube, dass diese Angst irgendwie daherkommt, dass wir ein komisches Bild von Gott manchmal haben. Wir haben so die Vorstellung, dass Gott uns was wegnehmen möchte. Natürlich kann es auch mal sein, dass Berufung anstrengend und herausfordernd ist und wir an unser Limit kommen. Aber generell ist es so, wenn wir unsere Berufung leben, dann fühlen wir uns nicht eingeengt, sondern dann können wir richtig abgehen und wir blühen auf und wir können unser Leben so richtig erfüllt leben. Also zweites Berufungsmissverständnis, zweiter Berufungsfail ist diese Berufungsangst. Berufungsfail Nummer drei ist Vergleichen. Wir schielen nach rechts, nach links und überall hin und schauen auf die anderen und versuchen irgendwie im Vergleich mit anderen unsere Berufung herauszufinden. Und dieser Fail, dieses Missverständnis ist wirklich gravierend, weil wir so nie im Leben unsere Berufung finden werden. Wenn wir immer nur schauen, was kann der, was kann die besser, warum bin ich nicht so wie die Leute rechts und links von mir. So werden wir unsere Berufung nie entdecken. Das finden wir auch schon in der Bibel. Im Johannes-Evangelium, ziemlich am Ende, spricht Jesus mit Petrus und redet so mit ihm über seine Aufgabe und wo er ihn sieht und sagt, dass es auch sein kann, dass er im Dienst für Gott sterben wird. Und dann hat Petrus nichts anderes zu tun, als auf Johannes zu deuten und zu sagen, was ist mit ihm. Und eigentlich ist es doch in diesem Moment so, dass Gott mit Petrus über seine Berufung spricht und nicht über die von Johannes. Und oft sind wir auch so, dass wir irgendwie versuchen, im Vergleich mit anderen das herauszufinden, was Gott eigentlich mit uns tun möchte. Aber so werden wir das nie herausfinden. Wenn wir uns vergleichen, werden wir entweder stolz, weil wir uns besser fühlen als andere oder wir fühlen uns minderwertig, weil wir irgendwie im Vergleich mit anderen schlecht abschneiden. Also versuch nicht durch Vergleichen deine persönliche, individuelle Berufung von Gott herauszufinden. Die ersten drei Berufungs-Fails waren der Himmelszettel, Angst vor der Berufung und Vergleichen. Und jetzt möchte ich dir die Möglichkeit geben, einfach mal zu reflektieren, wie du in diesen Bereichen denkst und wo diese Fails vielleicht dein Denken auch schon geprägt haben. Und im nächsten Video habe ich drei weitere Berufungs-Fails für euch. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.